L L Gau ich gehört Part 2 Let's go Was ist bisher geschah? Was hab ich grad gespielt? Kann man das überspringen? Ich hab jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr ob das ein Katzchen da war Aber warte kurz Was ist bisher geschah? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja vielleicht kriege ich einen Erfolg dafür, dass ich es abgeknallt habe genau deswegen gehe ich immer wieder auf die Karte die Fackel der Könige sie zu entzünden lässt jedermann wissen, dass ein Krieger zum Weltenspiel aufbricht ist es wird Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nicht mehr Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein, das wollte ich nicht drücken Ich will meinen Schammer zurück Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich konnte dich nicht treffen Okay, let's zoom Natürlich durfte ich keinen von den Deinen Dinger zersch... Nicht den... Ich hab das gedrückt Boah, Junge, wie fucking sensibel ist das Ding Ich hab den Knopf nicht gedrückt Ich war auch nicht mein... Ich bin am Laufen gewählt Okay, irgendwie ist das irgendwie alles kurios Boah, ich bin ein Kill-in... Kein Ziel, kein... Kein Ziel, kein... Ich bin ein Kill-in... Ich bin ein Kill-in... Och, nein... Ich komm, die Blutmaker... Ach, verdammt... Ich bin ein Kill-in... 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 Ich bin mal mit diesem, ich habe gewartet. die schuss gewesen und jetzt kommt der Doppelkampf-Arena für den Hammer Ich habe einen Blood-Touch gehabt Das ist noch ein Oh Oh Boah, Junge Digger Digger Da durfte ich einfach mich nicht bewegen Boah, Junge Digger 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 Und das ist das Und da habe ich die Kalanbieder. Da putz. Da mal wieder. Ja! Haben wir wieder daigen, Pau! Hau zu, meine Fresse Scheiße, ich muss sie ja zum Brennen bringen Dann geben die richtig Rüstung Das hab ich ja komplett vergessen Wenn sie sich dann noch Da eingefroren sind, dann richtig Los, wieder einen Haufen haben Sammelt euch Ja, ja, ja Okay Ein Achivier Ich komm zu spät Gott Darf ich mich bewegen? Vor allem, da wäre ich so oft gestorben gerade Geht doch Noch einer? Ach, Schwall Warum sind die gebofft? Okay, ich spring da hoch Endlich Das sind beide tot Von wo werden die gebofft noch? Das geht doch Wart dann Jetzt Dann Wir müssen die gebofft noch Ich danke dafür. So. Wo bist du das Cyberdemon? So. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 können Sieängen, Untertitelung des ZDF, 2020 号 Sono State, 2020 Sie haben den Schlüssel zum Tor Ich markiere seine Position Dies ist der einzige Weg zum ältesten Teil der Hölle Dort wird der dunkle Fürst auf Sie warten Der Einnahkampf Das man da oder trifft Scheinlich treffen Das man nahe gekampft werden muss Auf jeden Fall Komm noch Oh das war Den kann ich verkehren sein Das war hier in dem nächsten zweiten Level Mach ich noch mal Ja wo ist es da Das wird alles Vorsicht Doomslayer gesichtet Bitte sichern und verlassen Sie Ihre Arbeitsbereiche Ja 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 Das war's. Ich hab keinen eingefroren. Ja, genau. Dann halt jetzt. Ja, ja. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Ach, das war ich die ganze Zeit. Geht doch. Geht doch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie sollten Ihren... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geht da hoch. Wait. Kann das nicht mal fast sein? Ich glaube nicht. Sieht nur halbähig aus. Und da kommt wieder der Doppelkampf. Doppelkampf-Arena. Und da drunter schrieb den Ort. Die hätten wir öfter machen sollen. Und schon habe ich den Hammer wieder. Wo bist du? Wo ist der? Der hat sich weggeportet. Und da geht's nicht die Dienstleistenden. In der Influbelben wäre ich noch nie gewesen. Jetzt laufen wir wast wieder. Dr forever. Jesus überlassen wir jetzt werden. Heidi ist die Strecke auswärT. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich hab das doch gerade erst einmal, warum zeigt das mir an? Ich hab das doch gerade erst einmal. Jetzt ob ich die echt nicht... Das wollte ich... Das wollte ich nicht drücken. Wo ist der? Das ist ein Blower. Das ist ein Blower. Das ist ein Blower. Das ist ein Blower. 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 Triff ihn, mein Gott. 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 Pfff, sumi! Get in the throne, come on, come on! Quip! Das ist ja schade. Das war's. Warum Achtung, ist das nicht gut? Ich glaube nicht. Das war ein Kopftreffer. Das war's. Das ist die Kuh. Das war's. Danke für den Hammer. Das ist irgendwo ein Dreierketten-Sing-Typ. Das rutscht du. Das war's. 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 Ich glaube, dass die Kappaße hier einfach aufgeführt ist, ja! Das war's. So. Okay. So. 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 Mutter. so weiter so 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 Wenn man es richtig plant, kannst du die Glieder nachtöten. Du musst es halt nur richtig machen. Automatische Warn. Das Tor von der Vroom ist offline. Bitte verschieben Sie weitere Tests, bis die Energieversorgung wieder hergestellt ist. Wo bist du jetzt gesperrt? Das Eingang? Ja, nein. Wo war das jetzt nochmal? Kommt da irgendwie rein, ich weiß es doch. Na gut, man kommt immer irgendwo ran, wann das sein Licht. Das ist eigentlich eine Regel. Es sollte keine unmöglichen Zeug geben, die offensichtlich sind. Ach egal. Wo ist er? Da hinten. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? noch genau drei schüsse kann stehen ja 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 Uiuiui Wo ist der? Den Kammer benutze ich jetzt einfach. Ich habe die Arme drauf gezielt. Gib mir Munition. Kann ich jetzt irgendwo einen Kleinen kriegen? Mein Gott, das wollte ich die ganze Zeit haben. Zack, zack, zack. Oh Gott, das war's, das sind noch kleine. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Und auf zum Ende. Fehler. Tor von DIVUM offline. Bitte geben Sie den Befehl zur Reaktivierung erneut ein. Das Tor von DIVUM. Der einzige Weg zum ältesten Teil der Hölle. Der dunkle Fürst wartet dort auf dich. Er wird seine Stadt nicht aufgeben. Wie du wird er bis zum mit deinem Ende kämpfen. Das hoffe ich doch auch. Jetzt werde ich nicht rein gezogen. Cool. Wann werde ich rein jetzt? Ne, jetzt. Jetzt. Wenn ich jetzt das Spiel einfach laufen lasse. Wenn du jetzt das Spiel einfach laufen lasst, will er nicht immer im nächsten Level. Aber ne. Oh yeah. Und jetzt zum letzten Level. Oh. Oh. Ahhhh... Da ist er da wirklich ein Körnisch. WDR mediagroup GmbH 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 Oh, ich steck da wieder mit dem Fiss. Der ist nicht. ich komme ich nur flitten dran Es bevistös, okay. Schau, Schau, Schau! Oh yeah! Weil wir die Anase einsetzen müssen. Spreng! Spreng! Nein! Was auch... Ah! Spreng! Wir wollen nicht so nahe, zah! Wo ist der? Cool, das ist das Geräusch. Aber wo ist der letzte Gegner? Hallo? Ich will jetzt nicht die BFC schießen, nur um das alles frech zu machen. Freaking kidding. Wo waren die? Sie müssen diese Mauern überwinden, um den Angriff vorzusehen. Ja, ich weiß. Hä, die sind länger betreibt. Ähm. Ja, wo ist der? Da. Darf ich die BFC wieder nicht benutzen? Nee. Okay. Weiter geht's. Nicht die BFG, was auch immer du tust. Nicht am Anfang. Das schießt doch irgendwie durch, die geh ich da durch. Nicht die BFG. Nicht die BFG. Nicht die BFG. Immer Radau hier, voll. Boah, ich hasse diesen Dogger. So schön Doggys sie auch sind. Fuck, das hat sich ein Hammer. Schau doch. Mach den hier. Junge sind die lange jetzt. Schau doch. Schau doch. Schau doch. Ja. Schau doch. Schau doch. Schau doch. Schau doch. Schau doch. Sollte ich nur echt purität. Oh! Woah! Woah! Dadooom Oh, verdammt. Oh, verdammt. Okay, das ist ziemlich weit weg dafür. Aber auch nicht. Man muss nur gut sein. Oder man muss einen, der immer benutzt. Nein, man muss gut sein. Okay. 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 Ich lasse, dass ein Raketenrufer immer diesen Ticken länger braucht. Danke! Warum gibt es die Kante? Äh, wie geht es auch noch weiter? Ich komme hier auch nicht hoch. Ah! 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 Auf geht's in die Festung. Wir hatten keine Ahnung, dass die Hölle über eigene Technologie verfügt. Sie muss hier zentralisiert worden. Die schwächsten Gegner im Spiel gewesen, ey. Die waren dabei schon totgesp... gegangen. Wie viel leiden die jetzt aus? Hä? Aber noch ziemlich wenig dafür, dass es heute... Elite sollten... Wir sollten nur sind... Blödsinn, Munition, wo man in den Kopf geht. Oh Gott, ich will mich gar nicht mehr erinnern. Schein, wenn ihr Spaß immer mit der Schütte gekippt habt. Aber ich kämpfe dagegen. Na, tue ich da. Sie sehen, wo ich einen schieben kann. Leicht. Und der zweite Mal doppelmal. Der schlimmer ist. What? Natürlich hat das nicht gezählt. Einer Stott. Also guckst du dich. Oh Gott. Einer Stott. Nein! Das habe ich auch viel vergessen. Gott, den kann man nicht mal mal hinfrieren. Das ist wie ein Blauer. Heile! Doch, nur ich mit dem Hammer verfehlt habe. Hui! Die Rüstung auf. Welche Waffen haben die da eigentlich? Da frage ich mich gerade hin. Wer trifft mich hier? Ach, das ist die... Warum bekippen sich eigentlich die Dämonen unter sich? Das macht... Okay, das Ding ist schon kaputt. Okay. Okay. F*** doch mal. Der Mann. Der Mann. weiter geht das hätten sie sich so sparen können mit dem Schalter aber hey dann schießt jetzt ich will jetzt von dem Hammer Oh, ich kann nicht kommen. Was? Was ist das? Ich hab mich verarschen, Alter. Warum hat er doch nochmal nicht getroffen? Da ist der Gigi. Und vielmehr taucht hier auch nicht gerade auf. Was soll das hier bringen? Ich glaub, die hatten aber was geplant und haben sie mich reingepackt. Oder auch nicht. Die Flammen kamerals. Die Flammen kamerals. Wie öffnet sich der Scheiß jetzt? Die Flammen kamerals. 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 Jack had shaped her. Irgendwo Spreng Spring! Spring! Motherfucker! Spring! Du bist sicher! Wie viel Schaden hat er mir gerade reingehauen? Jetzt ist auch alles frei. Du bist sicher! Ich bin zum Ende nie im Leben verloren, aber Das kommt mir jetzt irgendwie an Wait, der BFG schoss ich mit einem Raufkopf, was da? Es ist ein Blut von mir. Ok, hui! Hallo? Das war's. Sie nähern sich dem Heiligtum des dunklen Fürsten. Allerdings verliere ich die Verbindung. Doomslayer, ich sah... Kameras. Auf zum letzten Gefecht. Der dunkle Fürst. Bevor ich das jetzt mache, muss ich kurz weg. Gerne. Versteine. Auf alle einen guter Italia. Und wenn du kommst, kommst du für dich? Los geht's! Mit Gewalt willst du das Schattenreich bezwingen. Doch sie entstammt der Hölle. Sie ist unausweichlich. Ein Feuer, das die Schöpfung antreibt und Bestimmung verleiht, wo keine ist. Kämpfe Svea! Ehre deinen wahren Gott! Kämpfe und zeige mir deine Bestimmung! So, wie war der Kampf nochmal? Komm, komm, komm! Geh einfach an! Was will ich denn einmal angerufen haben, damit er das registriert? Wait! Hat das nicht kräftet? Ach, der heilt sich ja mit meinen Schüssen. Ich darf ihn nur treffen, wenn ich's darf. Stimmt ja! Ratsch! Wasst du? Wo hat er sich jetzt nochmal gehalten? Fuck! Was ist das? Was ist das? Ach, was ist das? ich will in deinem Blut werden ne ich in deinem naja gut der ist noch voll Läufer passt das schon fuck das ist so geil jetzt wechselt die scheiß Waffe du kannst mich nicht aufhalten was tu ich gerade drauf du kannst mich nicht schnappen du kannst mich nicht du kannst du du kannst mich Was ist das? Das kann man nicht so rüst übergeben. Okay, ich hätte ihn gebeten können. Zu lange war ich Gefangener meiner eigenen Schöpfung. Du wirst meine Rache nicht aufhalten, und auch nicht der, der mich betrug. Sag es ihm. Er ist der Anfang des Seins und mein Schöpfer. Sein Fall war mein Aufstieg. Sie haben dich belogen, Slayer. Imora und seine Bewohner waren perfekt. Hätten meine Diener mich nicht verraten. Sie verbannten mich, starben meine Macht und meinen Namen. Doch der Tag der Rache ist gekommen. Ich habe alles erschaffen und werde alles vernichten. Bei dir fang ich an. Ja, das passiert. Die eigene Leute. Er ist noch full life. Hä? Das killt dich doch sofort. Die Leute. Die Leute. Die Leute. Die Leute. die Leute. Es leist dich gleich. Das. Was? Oh. tank. drafted. jetzt Junge, schieß! Das Treffen! Fuck, jetzt haben wir zu viel Geld. Zürich hat es genau nicht gereicht. Ich werde deine Sehne verschlingen. Ich werde es Advanced Nick backend stärken und so weitergehen. In dieser Stelle müssen wir für die Stehler nicht mehr tun. Ich werde es bättre und so weitergehen und so weitergehen. Ich werde es nicht mehr tun. Oh, verdammt. Oh, scheiße. Jetzt kann ich es nochmal machen. Oh, scheiße. warum? ah fuck ich wo und das war's mit dir ich brauche keine Superarmor für dich im Gegensatz zu dir sag mir hast du deinem Schöpfer nichts zu sagen bevor du ihn in den Staub wirfst nein die jetzt leche ıyoruz Von ihm wurde alles erschaffen. Selbst du. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.